ich sehe gerade nichts was ich zu legen könnte und wieso ist das jetzt alles so verschwungen ach ich habe bier getrunken ich bin besoffen da schwank doch noch ist mir übel ach da sind ja die taschen gleich ja wir hätten dann noch dessen soll zerlegen zerlegen ja da müssen wir jetzt aber das Zeug erstmal weg bringen wieder nach Hause laufen Zeug weg bringen damit wir die Kiste looten können und dann was ist das zuhause? ein Model ich dachte gerade Eis gibt es bestimmt wieder noch irgendwas geiler aus nein hör auf jetzt nach Hause Zeugs weg bringen dann holen wir uns die Küste ich schock mal gar nicht mehr ne oh Zeit viel zu knapp wie weit ist denn die weg? ach herrje dann gehen wir lieber zum Händler geben das ab und nehmen noch eine neue Quest ein die wir ja auch nicht mehr schaffen die wir ja auch nicht mehr schaffen ich werde jetzt hier gleich zum Händler gehen sollen dann will ich dort was verkaufen? selbst gebaute Gewehr ja oh den Rest auch nicht naja jetzt sind wir auf der Hälfte da lohnt sich nicht mehr nein nein lass ich kann wieder nochmal loswerden ne wird ja jetzt noch nichts mehr aha aha sooo das kommt unten rein das kommt da rein das kommt da rein ne ne die Verbindung haben wir drunter gelassen ne so das muss auch das muss auch das soll verkauft werden das soll gedisst werden hier kommt jetzt der Kochtopf rein und das und damit können wir hier gegrilltes ne Kochgrill aber Eier mit Speck können wir bauen nice viel mehr halt das das mal drüben ja da gibt es noch viel mehr Waffenteile das ist ne Mott das können wir ja schon das Zeugs reinbauen oh ne machen wir nicht und Klamotten hab ich gar keine Kiste da ohne packen wir erst mal hier mit rein ne 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 hab ich die jetzt wieder hingezogen automatisch das klang doch so jetzt wenn man so raus geht ne automatisch angezogen ne so langsam wie wir da sind dann baue ich mir lieber wieder oder Hauser Hut und sowas und Schuhe ja da hatten wir schon schöne Lederschuhe ne die haben wir schon getragen okay dann zerlegen das hat man ist schon gut pausieren geil wie man so weit gucken kann 1530 neuer tag neue christ wir müssen schon wieder so eine auskaufungsquiz annehmen dankeschön geheim vorrat gleich mal reingucken den brauchen wir dringend guck mal gleich penner eintopf zwei mal aus einer kostet zu stolzer preis die kann ich nicht einschätzen ob die jetzt so teuer sein müssen das will ich gucken das sieht irgendwie aufgeklappt aus als hätten wir es schon gelesen missing das könnte sein also das sieht irgendwie anders aus wie das normalerweise müsste es hier auch sein na gut guck mal später ach das war es schon das war es nicht bergbau heben da ist ein licht schon drinnen krass aufgaben abholen frau kommende vorräte jawohl akzeptieren von hier 390 schaff mal entgegengesetzt ich würde auch nicht irgendwo in der bumper drin stehen bleiben denn ich muss weit ausloggen die aufnahme session geht schon wieder viel zu lang kommen die aufnahme wir müssen wirklich durchrennen die skill punkte nehmen wir uns fürs nächste mal auf und dann dürften wir sogar schon das zeug bauen können unsere das kann auch so problem gelöst das ist das dort ja machen wir es mal so dass man wirklich nur eine seite abfragen und uns freuen wenn das ding näher kommt da kommen da unten scheint irgendwo zu sein muss nicht aber hier aber hier aber hier wir haben es schon gefunden ja hier kommen raus ich höre dich auch geil was das hinten von gebäude alles ep alles ep du hast doch was verloren das nicht auf der straße es ist gleich vorbei die haltbarkeit ist auch mies das ist doch mr franz da mache ich gleich doch es ist mir das ist doch ein militär noch gar nicht setzen das nächste mal ich habe keine zeit mehr oh scheiß haben wir was zu essen gekriegt oh ich krieg schon wieder i ein wildbrett nice zerlegen zerlegen wir können jetzt auch nicht mehr abgeben wir müssen direkt nach hause laufen noch ein bisschen looten unterwegs ja aber dann war's los na ja sonst halte ich mich nur wieder viel zu lange auf beim händler springt die koski auch geht's ah kommt da wieder die merkkiefer ich habe es gesehen es ist ja auch schon wieder so spät 18 uhr ja kannst du gleich am händler dran vorbeilautschen aber hier liegt ja jetzt auch wirklich überall was rum alter aber schöner gerade gegen zum bauen wo habt ihr gebaut bin ich das da drüben ja immer noch so die äh Häuser die Autos hat man schon gelötet das da hinten glaube ich nicht gehen wir jetzt mal her ne ist leer da war ich schon dran da war ich noch nicht nice 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 sehr schön sehr schön sehr schön ne lustige Aufnahmesession hat mir wieder riesig gefallen ein schönes Spielchen so und dann sag ich euch schönen Dank fürs Zuschauen und reinschauen vorwärtschauen Dankeschön und bis zum nächsten Mal Tschüssi Kowski